Ich habe die Familie Beutek genommen, die könnte wahrscheinlich noch viel mehr erzählen. Wo ist der Karl Beutek? Ich nehme mir die Gelegenheit wahr. Und du kannst vielleicht 1-2 Worte sagen, weil da muss der Spezialist für alle Applaus für Karl Beutek. Wir haben mit dem Auto auf der Lüge Strassen geholt und haben schon unzählige Erfolge gehabt, wie der große Rad. Und haben 38 Autos gebaut von denen. Und das ist ein guter Anlass für den Auskürzungsbericht. Also ich betone, es ist nicht das Auto, das hier ist, aber das Modell ist das, das am meisten...